Die Giermann KG steht für Kompetenz und Service im Metallbau und in der Produktentwicklung. Was 1862 als klassischer Eisenwarenladen begann, hat sich über die Jahrzehnte hinweg zu einem professionellen Fachgroßhandel für Sicherungselemente und Befestigungstechnik entwickelt. Seit über 100 Jahren begeistern wir unsere Kunden mit Dreh-, Biege-, Fräs-, Stanz- und Kaltfließpressteilen, die den individuellen Bedarf erfüllen. Gerne beliefern wir Eisenwarenhändler, Maschinenbauunternehmen, Konstrukteure und viele mehr. Und auf Wunsch produzieren wir auch einzigartige Sonderanfertigungen. Mit jahrzehntelanger Tradition begeistern wir unsere Kunden rund um den Globus. Und damit wir den Wünschen unserer Kunden auch gerecht werden können, produzieren wir mit unseren Partnern in Thüringen, Polen, Tschechien und Indien. Doch ganz egal, wo wir produzieren, all unsere Produkte werden in unserem Stammhaus in Nordheim entwickelt und entsprechen selbstverständlich den geltenden deutschen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Vereinbaren Sie einfach einen unverbindlichen Beratungstermin und entdecken Sie qualitativ hochwertige Produkte zu unschlagbaren Preisen.